Ja, dann auf ein neues mal wieder, ne? Wieder Verbindungen, Fehler oder sonst irgendwas gehabt und ja, wenn das gleich nochmal passiert, dann bin ich... Dann werde ich die Aufnahme für heute, weil ich darauf kehren will. Ähm, vielen ähm, Kampulatistik, jetzt muss ich hier gucken. 3 getötet, 6 mal gestorben, 4 alten Mal haben ich geholfen. Äh, verdienter Team XP, 1788, still in Matchlänge 16 Minuten, ist auch noch voll okay. Wie gesagt, wo soll der Schaden? Ja, Schaden. Wo soll der Schaden? Gut, ne? Aufschlossen unterbrochen, 117. Schüttet haben wir 2, hier waren es 4. Aha, echt gut dabei. Geht weiter. Und ja, jetzt kriege ich gerade eiskalte Händchen hier. So, jetzt haben wir 10 A7. Das heißt, seit einer Stunde spiele ich jetzt schon. Dann sehen wir gleich mal, wo das hier landet, ne? Abzeichen, ja ja, ich habe eben Abzeichen bekommen. Hier. Und... Das war's. Hier habe ich eben bekommen. Weil ich halt so gut bin. Ja, jetzt haben wir, Mensch, das 23 Siege 12. Ist noch stark am Banken. Muss das mal irgendwie beeinflussen, ne? Indem ich halt ganz dick gegen Bot spiele und gewinne. Dann beeinflusse ich das. Los, komm schon, bitte! Jedes Mal... Ne, scheitert uns einen einzigen Typen. Bei Dead Island. Hier. Immer ist es einer, der nicht annimmt, ne? Das ist so unglaublich. Ich habe beim letzten Mal hier weitergeguckt, ne? Ähm... Reduzierende Bewegungsgefindigkeit. Ähm... Wenn du einen Fake-Head einwandt hast, für dich anzuwirken, hast du schon lang verhöhnt. Okay. Ich will jetzt schon fast schnell klicken, aber du hast kurzzeitig verwundbar und auswärts gesetzt. Du kannst dich nicht bewegen, nicht schießen und keine Fake-Head einsetzen. Okay. Was bringt man das da? Du hältst eine Observations-Field. Wenn du dich nicht im Kampf befindest. Wenn dich keine Feine nähe, bekommst du eine Waffe schaffen. Wenn du eine Sekunde nicht im Kampf warst, dann... Ja, ohne Schaden. Die Bewegungsgefindigkeit kurzzeit erhöht. Wenn du eine Fake-Head einwandt hast, dann wirkt dein nächster Schaden auf einen Bonus-Schaden. Geschieht nur alle paar Sekunden. Ja, ne? Auf Grundlage fehlende Energien wird eine Energienreaktion erhöht. Du regnst drei Fallpunkte. Wenn du fein mit deinem Fake-Head schadest, bewegst du die Anzeigen vom Außen-Head schaden ab. Okay. Machen wir mal eben. So. Du bewegst dich schneller, wenn du dich nicht in einem Kampf befindest. Deine maximale Energie und deine Energienreaktion. Ich würde... Machen aber irgendwo was. Das war das glaube ich. Und... Oder... Das... Wenn du eine Sekunde hinkommst... Ne. Wann ist das mal fertig? Wann ist das? Was? Ähm... Da irgendwas... Oh, er stapelbar war. Mal gucken. Beezeit. Wenn du weggefunden hast. Oh, ich dachte doch stapelbar. Was war das denn noch? Ich habe mich verlesen. Kann ja nicht sein, dass ich mich verlesen habe. Ich habe mich verlesen. Ah, das hier war das. Nachdem ich meinen Fehler gemacht habe, das wird die Schadenswürde. Ich muss das irgendwo annehmen. Jawohl. Mann, Mann. Hier. Den. Nimm den. Boah. Das ist ein richtiger Kampf hier. Boah, bin ich müde vor nichts tun. Das ist unglaublich. Ist gleich fertig. Was hat er jetzt gewählt? Den, 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 die Kuba hat er jetzt gewählt? So eine großartige Auswahl hatte er eigentlich nicht. Okay, Stryker hätte er noch gehabt. Aber keiner. Das wundert mich ehrlich gesagt. Wir haben schon. Sonst war ich noch siegen. Ja, wer weiß, wer weiß. Was? Morgen ist der Tag, wo ich alles schneide und hochlade. Und ähm. Ja. Ich möchte erstmal nicht so viel zu tun haben. Ne? Aber das sind jetzt auch wieder ein paar Folgen. Ich mache hier ein kleines Päuschen und sowas. Waffen. Waffen schaaaaden. Waffen schaaaaden. Ähm, mit dem Lauf. Huh? Jaaa. Au. Ich sollte gerade zu lange bis die Drohnen kommen. Nicht gerade. Ja, ich weiß. Kommt die hochgelaufen hier? Es geht nicht auf den Keks, Kinder. Es geht nicht auf den Keks am frühen Morgen. Alter, der schießt uns nirgends um, trifft da auch noch. So? Ah, ist klar, der kann hier gar nicht runter. Stimmt. Feuerwehrauto. Ich weiß nicht. Auch da. Ich drücke Leer-Taste um wegzulaufen. Das ist Schwachsinn. Das ist echt unglaublich. Das für ein Shit ist. Ich will ja auch ne Fähigkeit einsetzen, aber der hat ja nicht grad großartige Fähigkeiten. Huh? Hallo? So. Ich hab' ne Drohne freigeschossen, weil ich gar nichts bestes zu tun hatte. Ich bin ja auf dem Keks. So, den sehe ich jetzt. Ah ja. Wir haben auch ne Drohne-Walls vorgeschautet. So. 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 Wie siehst du? So. 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 Da drohen, 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 ja, oben der Torred angegriffen, wo Torred gerade angegriffen, aber hier ist es gerade nicht so. Oh, ich will mir treffen, warum wir einen Schaden machen. Da drohen, 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 drohen. Hier haben wir eine Plotala in der Z Spitze. Ich kann die Spiele platen. Ja Wir haben oben verloren Vulkan Wir haben eine Wurkano Wir haben eine Wurkano Wir haben eine Wurkano Wir haben eine Wurkanoe 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 Wir haben ein Bezug Level-Aufstieg Level-Aufstieg Wo? Wo die Gähne? Mist, jetzt bin ich drauf Ich hab gedacht, das reicht noch Aber ich denke zu viel Ich denke immer, dass es noch reicht Na, wenn reicht es eh nicht mehr Zu Zu Wenn es da wird sich jemand für den Interesse und den Schadensweg erhöht Den Schaden also reduzieren die Appenzellnern Wichst Drohnen Sie sollten den Schaden zu Drohnen Weil ich ein paar Drohnen erschießen möchte Da müssen diese Schaden auch gelten Das ist Du bist Ich gerade keine Drohnen auf dem Spiel Das ist gerade echt krass Jojojojojojo Freundchen Ich dachte, die läuft ihm hinterher Ja Ja Jawohl Ich wollte echt Ich will die ganze Zeit mit Klärtaste weg springen Überall in der Island So Gehlt der Ding jetzt hier endlich Gehlt der Ding jetzt hier endlich Nein, 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 nein Die Dumm ist weg Mann, das Feuer ist gerade etwas Ja Ja, ist gerade ein bisschen Ja 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 Au Ich bin ja vorhin schon Gar nicht gesehen So, ich kann Teils mit Schaden aus Ich bräuchte gar nicht großartig zu überlegen gerade Oh, da kam gerade ein Strahl an mir vorbei Der mich nicht getroffen hat Au Ich bin so viel Das war Ui Ich schießen gerade unten die Drohne frei Ja gl��는 Super zu das Sie